Zugänglichkeit, Wartungsfreundlichkeit und begrenzte Platzverhältnisse gewinnen immer mehr an Bedeutung. Wir haben diese Anforderungen wegweisend bei dem Design unserer Drehmaschinen berücksichtigt. Die Maschine erinnert den Bediener und das Wartungspersonal durch Meldungen an die aktuell notwendigen Wartungsarbeiten. Nachdem die Wartungsarbeiten durchgeführt wurden, wird die Meldung zurückgesetzt. Hierzu ist ein Passwort einzugeben. Durch die Integration des Schaltschranks in den Unterbau der Drehmaschine und dem Spänemanagement mit ausziehbarer Späne-Schublade können wir unsere Maschinenrücken an Rücken stellen oder direkt an einer Wand positionieren. Für Sauberkeit, Ergonomie und Ordnung sorgt ein im Unterbau der Drehmaschine integrierter Werkzeug- und Zubehörschrank. Dieser kann an die Bedürfnisse der Bediener und an die Maschinenoptionen angepasst werden. So wird in Verbindung mit einer Spannzangeneinrichtung der Werkzeugschrank mit einem speziell für die Aufbewahrung der Spannzangen vorgesehenen Zwischenboden in den Unterbau eingesetzt.